So, Finale! Endlich! Und vorne, Erich Schnapplicher! Und, Christian Bramberg, Beide hoch, Punktes! Ja, irgendwo ist es doch! Und, er hat einen technischen Defekt, das hat die Kettenpumpfauer-Führung. Das sind die ersten drei. Christian Bramberg, auch zweiter Schwertgeger, auf der dritten Position. Ja, 1, 2, 3, das Fixer gibt! Ja, wie heute? Gerne mal! Die 334! Marco Feth, ein Festgefahr! Wieder noch! Achtung zu euch!